ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play the witcher 3 wir sind wieder am start diesmal nicht mit geral sondern mit ziri selber wir sind immer noch in der geschichte und sollen uns jetzt mit skall treffen noch mal erinnerung skall ist tatsächlich der vermeintliche feikling die leiche die wir da in dem brunnen gefunden haben die haben sie ja oder jenna fahrzeh ja mit mit ihren kräften zum leben erweckt und er hat er dann zu hell dass er aufs kiel ziri getroffen ist das ist quasi diese geschichte wo wir jetzt gerade mittlerweile drin sind ja und wir haben ziri ein bisschen freizügiger gesehen tatsächlich weil sie ja in der saune gegangen ist und jetzt haben wir tatsächlich weil skall steht wohl ein bisschen auf sie aber sie hat ja offenbart dass sie lesbisch ist tatsächlich auch frauen steht ob sie das wirklich ist weiß ich nicht einfach mal drittsalber eingegeben oder beziehungsweise ausgewählt kann aber auch tatsächlich nur ein grund sein um ihm um ihn ein bisschen aus ist anzuhalten ja wir sollen jetzt noch mal mit dem treffen jetzt gerade weil es dann wohl weitergeht mit ihr da ist der richtige eingang hier bist du die pferde sind bereit ich auch wollen wir los hör mal ich hoffe meine schwester hat doch keinen mist erzählt oder ja komm sie sagt die wahrheit nein außer dass du mich verknallt bist was aber sie sollte doch außerdem bin ich nicht natürlich bist also doch weißt du reiten wir los du hast es eilig und es wird bei dunkel also heilig habe ich es aber nicht ich habe ich gar nicht hohohohoho das war dein erster kurs oder natürlich nicht zu viel zum thema steht auf frauen ja mein erster wir haben nicht viel zeit aber ein paar dinge kann ich dir noch zeigen schade ist interessant sie werden können so hat sie jetzt ach das ist doch ein krieger schade ist ha ja Niemand legt sich mit mir an. So, haben wir uns alle jetzt besiegt, oder? So. Ah, ist ja noch mehr. So, wie gesagt. Wir gehen mal auf einen Pferd. Wir müssen mich jetzt hier verheben. Wir sollten hier weg. Das wird doch zu viel. Auch für Ciri. Na dann auf. Das ist jetzt gerade ziemlich egal. Schneller, schneller. Sie holen auf. Scheiß auf die Viecher. Ja, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Energie tanken. Das ist das Problem an der Sache. Ich muss Energie tanken gerade. Sorry. Ich habe doch nichts mehr gekommen. Ich habe... Ja, ich werde... Ja! 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 Das ist quasi das Wodrauf unser Der erste Teil, wo wir eben waren Oder was er erzählt hat Aufbaut Und warum er gestorben ist Ich denke, Zeit später Was war das? Die Ruhe vor dem Sturm Er hat sie verkauft An wen? Weiß nicht Geh jetzt Ziemlich creepy Komm wir verschwinden Wir verschwinden wir von hier Jetzt sofort Darum musst du mich nicht zweimal bitten Der Garten Unser Garten Wie konntet ihr nur Wir helfen euch Und ihr Unfassbar Ganz ruhig Wage es nicht, mich zu beruhigen Wir haben jedes Recht, wütend zu sein Rasend Dafür werdet ihr bezahlen Wir hatten keine Wahl Wir hätten nie erfahren, was mit unserer Glaubt ihr wirklich, das wäre eine Rechtfertigung? Dass eure Jagd nach einer fremden Frau euch das Recht gibt, unseren Garten zu zerstören? In euren Augen bestimmt nicht Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt Halt Halt, das hab nur ich getan Geralt wollte mich aufhalten Ich wollte nicht hören Ich hätte es wissen müssen Man hat mich vor dir gewarnt Zauberin Niemand soll dir die Tür öffnen Niemand deinen Hunger stillen Niemand deine Wunden versorgen Yen Das hättest du nicht tun müssen Aber ich wollte es Ich will nicht drüber reden Konzentrieren wir uns auf das, was Kjal gesagt hat Zumindest das wissen wir Das wollten wir nicht erfahren Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist Und auch nicht in Velen oder Novikad Sie ist verschwunden Schon wieder Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein Ich hoffe, dass das so ist Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist Ich hab keine Ahnung Aber wir holen sie da raus Gesund und munter, versprochen Ja, aber das hier ist auch Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Kjal am Strand gesehen hat Glaub ich Weißt du, ich hab jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah Wo denn? In Velen Beim dortigen Baron in der Burg Der hat die Kreatur angeblich in Novigrad beim Kartenspiel gewonnen Dann geh hin und hol sie Egal wie Kauf sie Entführ sie Wird nicht nötig sein Der Baron schuldet mir was Viel sogar Das Ding ist eindeutig verflucht Geistig völlig von der Rolle Kein normales Gespräch wird möglich sein Ja man, hilft nichts Alles wird gut Ein Fluch? Bitte Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis Sag mir Meinst du, dass Nein Schon gut Cut Ciri's Spur in Skellige Wir sind hier gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren Vorher Da ist noch etwas Etwas Wichtiges Was? Was denn? Treffen wir uns in Larvik In der Kriegerhalle Reden wir doch Okay Dann machen wir das so Bis bald in Larvik Danke Dafür Und für deine Hilfe im Garten Ohne dich hätte ich es nicht geschafft Das war doch nichts Gerald, du kennst mich Ich lobe selten Aber wenn Dann meine ich es ehrlich Hm Gut Stufe 15 Sag dir Feldwebel des Rücken War uns Dass du ein Humor mitnehmen willst Hä? Achso, ja Schnell reisen So Warte mal Novi Grad Oder was? Wo wir mal mit so hin Überrundes Wo müssen wir denn da jetzt hin? Achso Der zeigt jetzt ja gerade den Punkt an Warte mal Wo ist denn der? Was ist denn da hin? Moment Da muss der Punkt sein Da muss der Punkt sein Ja. Hä? Wo müssen wir denn da hin? Warte mal. Wo war denn der... Wo war denn der Baron? Oh Gott, ey. Schwierig grad zu finden. Was gab beide... 清istische Sabine. Schwierig jedes Mal. Mhm. Aber eigentlich müssen wir doch hier irgendwo hin oder was? Soll es mal... Hä? Soll es mal einen Punkt geliefert? Wo ist der? Das ist Burg? Oder bin ich da jetzt gerade zu blöd für? Wie ich gerade zu blöd da jetzt bin? Wie ist der jetzt gerade zu blöd da irgendwas zu finden oder was? Eigentlich müsste doch hier irgendwas sein oder nicht? Das ist ein Viehgebäude. Das muss aber irgendwo auch stehen, dass wir... Warte mal, ist das... Ne, das ist es nicht. Burg der... Winter... Das muss ja stehen irgendwo im Burg des Barons oder so, ne? Oder liege ich da jetzt gerade einfach falsch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hä? Das ist schön einfach ein Larwig. Gut. Weil eigentlich müssen... Da müsste ja eigentlich tatsächlich auch einen Punkt geben, wo es jetzt eigentlich tatsächlich hin müssen. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Oder liege ich da jetzt gerade falsch? Gut, dann machen wir es anders. Okay. Ja, Moorheim ist das. Nee. Kein Moorheim ist ja das, wo wir herkamen. Was war denn der scheiß Baron? Ich weiß, ich suche jetzt die ganze Weile schon nach diesem scheiß Baron, ne? Ah, Krenfels. Das klingt interessant, ne? Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Gut, dann reisen wir mal dahin. Wir wollen nämlich Yuma oder Yuma befreien. Aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge machen. Da wird jetzt zu lange aber schon wieder gezogen. Sind ja jetzt schon wieder über 20 Minuten oder so. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind es in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3, ne? Bis dann und tschüss, bis morgen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.